Kapitel 13 Der Hochzeitsplaner hieß Pascal de Gobineau und war ein äußerst gepflegter, gutaussehender Mann mit dunklen Haaren. Die zur Seite gekämmte Ponypartie fiel ihm beim Sprechen so oft in die Stirn, dass ich nach einer Weile sicher war, die elegante Handbewegung, mit der er sie wieder aus dem Gesicht strich, gehörte zum Gesamtstyling einfach dazu, genau wie der französische Akzent und das charmante Lächeln. Letzteres stand im krassen Gegensatz zu dem säuerlichen Lippenkräuseln, mit dem das Bocker mich begrüßt hatte, als ich pünktlich um 10 Uhr im Esszimmer erschienen war. Was gar nicht so einfach gewesen war, wie es klingt, denn bis exakt 5 vor 10 hatte Florence das Bad gnadenlos besetzt gehalten und so waren mir, als sie endlich fertig frisiert, geschminkt und parfümiert die Tür aufschloss und herausgerauscht kam, noch genau 5 Minuten geblieben, um mich zu duschen, anzuziehen, zu kämmen und die Treppe hinunter zu rennen. Nur Schminken hatte ich nicht mehr geschafft, sonst wäre das ein Fall für das Guinness Buch der Rekorde gewesen. Weil alle anderen schon um den Tisch herum saßen, hatte ich mit dem letzten freien Stuhl Vorlieb nehmen müssen. Direkt gegenüber vom Bocker und neben Florence, die trotz perfekten Stylings und des gigantischen Kaffeebechers vor ihr müde aussah und eine Mine aufgesetzt hatte, die gut zu einer Darmspiegelung gepasst hätte. Ich konnte mir auch Schöneres vorstellen, als meinen Sonntagmorgen mit einer öden Hochzeitsfeierbesprechung zu verbringen, die das Bocker einberufen hatte. Damit sich hier hinterher niemand beschwert, er oder sie habe keine Chance bekommen, seine eigenen Ideen einzubringen, hatte sie gesagt und darauf bestanden, dass alle Familienmitglieder anwesend waren. Sogar Charles, der mir heute neben dem Hochzeitsplaner-Pony noch glatzköpfiger vorkam. Besonders wach sah er auch nicht aus. Mom und Ernest hatten versucht, uns das Ganze als zwangloses Familienfrühstück zu verkaufen, bei dem so ganz nebenbei über die Hochzeit gesprochen werden sollte. Aber schon Ernests Wortwahl hatte verraten, dass das weder zwanglos noch ganz nebenbei ablaufen würde. Er verfiel immer in eine seltsam steife, mit Fremdwörtern gespickte Juristensprache, wenn er angespannt war, und das war er meistens, wenn es um das Bocker ging. Wir beabsichtigen lediglich, ein paar Ideen zu konfigurieren, hatte er gesagt. Und vielleicht gelingt es ja bei dieser Gelegenheit, Aversion zu konsolidieren, in der ein oder andere hier gegen große Feierlichkeiten im Allgemeinen oder Hochzeiten im Besonderen hegen mag. Wenn das mal nicht hieß, dass er sich vor Angst beinahe in die Hosen machte, dann wusste ich es aber auch nicht. Wir hegen eigentlich nur Aversion gegen rosa Organza-Kleider, hatte Mia ihm versichert. Als Fünfjährige war sie mal auf einer Hochzeit zum Schleppentragen zwangsverpflichtet worden und machte seitdem ein rosa Organza-Trauma geltend. Die Braut allerdings ebenfalls. Dass wir auch Aversion gegen Mütter von Bräutigamen hegten, die ungefragt die Befehlsgewalt an sich rissen und über unsere Zeit verfügten, hatten wir Ernest nicht gesagt. Wir wollten ihm und Mom auf keinen Fall den Spaß an dieser Hochzeitssache verderben, auch wenn uns das Bocker, die anvisierte Größe der Feier und der damit verbundene Aufwand, ein wenig ängstigten. Mom ganz sicher ebenfalls, aber heute erwähnte sie ihre Vorliebe für kleine improvisierte Gartenpartys kein einziges Mal. Im Gegenteil, sie stimmte Pascal sofort zu, dass es keinen schöneren Ort für eine Hochzeitsfeier gäbe, als ein klassisches englisches Manorhaus. Das wiederum freute Pascal sehr, denn zufällig stand eins der schönsten Manorhauses überhaupt, sonst auf Jahre im Voraus ausgebucht, am anvisierten letzten Juni-Wochenende zur Verfügung. Was genauso ein Wunder war wie die Tatsache, dass Pascal so kurzfristig noch zur Verfügung gestanden hatte, wie das Bocker nicht müde wurde, zu betonen. Pascal sei nämlich ebenfalls auf Jahre im Voraus ausgebucht. Viele berühmte Paare hätten ihm unvergessliche Feste zu verdanken. Das Paar, das es sich kurzfristig anders überlegt und damit den Platz für Ernest und Mom freigeräumt hatte, war auch berühmt, aber Pascal wollte uns leider nicht verraten, um wen es sich handelte. Ich sage nur, bei manchen Menschen ist es einfach besser, wenn sie vor der Hochzeit merken, dass sie nicht zusammenpassen, sagte er nur, bevor er sich seiner berühmt-berüchtigten De Goumino-Hochzeits-Checkliste zuwandte. Wenn diese Checkliste wirklich berühmt oder berüchtigt war, dann höchstens wegen exorbitanter Langeweile, so viel stand mal fest. Pascals Tonfall war trotz des charmanten Lächelns und des Akzents entsetzlich einschläfernd und er hatte sich offenbar vorgenommen uns restlos alles vorzutragen, was in dem Ordner stand, der vor ihm auf dem Tisch lag. Von den 2000 Arten der Stoffservietten-Präsentation in aller Welt über die Wirkung von Kugellauch in viereckigen Glasvasen bis hin zur optimalen Höhe von Stehtischen mit Hussen. Da es mir beim besten Willen nicht möglich war, echtes Interesse für Qualitätsunterschiede gefütterter Briefumschläge zu entwickeln, machte ich es wie im Unterricht, wenn es langweilig wurde. Ich setzte eine interessierte Mine auf und ließ meine Gedanken schweifen. Auf diese Weise konnte man zwar keinen versäumten Schlaf nachholen, erlangte aber einen Zustand der tiefen Entspannung, der auf jeden Fall besser als nichts war. Und man verärgerte niemanden. Ab und zu drangen einzelne Worte zu mir durch wie Prägedruck, Floribunderrosen, Sitzordnung und Mandelmoosfüllung. Aber die konnte ich problemlos in meine Dämmerschlafgedanken integrieren. Mandelmoosfüllung zum Beispiel musste sich heute Nacht statt Gehirnmasse in meinem Kopf befunden haben, nachdem Henry mich in Mrs. Honeycuts Traum allein gelassen hatte und ich, anstatt selber aufzuwachen, beschlossen hatte, mich doch noch mal hinaus in den Flur zu wagen. Denn so sehr ich mich zuvor auch vor der allesverschlingenden Dunkelheit gefürchtet hatte, jetzt gab es etwas, vor dem ich noch mehr Angst hatte. Die Frühjahrsferien. Normalerweise besuchten Mia und ich in unseren Ferien immer unseren Vater, aber ausgerechnet dieses Mal blieben wir zu Hause, weil Papa geschäftlich so viel unterwegs war und bis zu seinem endgültigen Umzug von Zürich nach Stuttgart nur in Hotels wohnte. Immerhin wollte er im Mai für ein paar Tage nach London kommen, angeblich unseretwegen, vermutlich aber auch, um sich den Mann anzuschauen, den Mama erraten würde. Der Korridor hatte ganz friedlich dargelegen, nichts außer meinen eigenen Schritten war zu hören gewesen. Wer auch immer die Dunkelheit ausgelöst hatte, war vielleicht ebenfalls schon aufgewacht. Oder dieser Jemand existierte überhaupt nicht, sondern es waren meine eigenen Ängste, die lebendig geworden waren. Meine düsteren Gedanken. Düster waren meine Gedanken nun nicht mehr. Nur merkwürdig ineinander verknotet, aber sie führten mich zielstrebig in einen ganz bestimmten Gang. Ich ließ meinen Blick über die Türen gleiten und da lag sie wie erwartet. Mads rote Tür. Es musste bereits früh am Morgen sein. Wahrscheinlich war mein Schlaf auch gleich vorbei, ich hatte nämlich einen zufälligen Wecker namens kleine Schwester. Mia konnte auch an Wochenenden nie lange schlafen und seit ich denken konnte, kam sie jeden Sonntagmorgen in mein Bett gekrabbelt. Während ich auf Mads Tür starrte, redete ich mir ein, dass es jeden Moment soweit sein würde. Natürlich hatte ich genau gewusst, dass es keine gute Idee war, aber ich hatte auch keine bessere. Die Frühjahrsferien begannen in weniger als drei Wochen und Mad Mad musste jetzt einfach mein Flugsimulator sein. Ich blickte mich kurz im Gang um. Immer noch niemand zu sehen, nichts zu spüren. Ich war allein. Noch konnte ich wieder umkehren, aber das tat ich nicht. Ich hatte tief Luft geholt, den Türknauf nach rechts gedreht und Mads Tür geöffnet. Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben, sagte Pascal unvermittelt und ich hob hoffnungsvoll den Kopf. Hatte ich etwas Wichtiges verpasst? War er vielleicht schon fertig? Nein, es sah nicht so aus, der Ordner war ja nicht mal zur Hälfte durchgebettert. Ich warf einen prüfenden Blick in die Runde. Das Bocker, Mom und Lottie schienen die einzigen zu sein, die Pascals Ausführungen mit echtem Interesse folgten. Alle anderen sahen ähnlich weggetreten aus wie ich. Florence hantierte heimlich unter dem Tisch mit ihrem iPhone, Ernest hielt Mom's Hand und hatte ein vages Lächeln aufgesetzt, aber sein Blick war ins Leere gerichtet. Mia baute auf ihrem Teller Türmchen aus Scones und Grayson kompensierte die gähnende Langweile mit Essen. Er hatte bereits Unmengen von Rührein mit Toast vertilgt und ungefähr die Hälfte von Lotties Blaubeertorte. Als ich ihn anlächelte, lächelte er nicht zurück, sondern verdrehte nur die Augen. Charles hatte seine Augen halb geschlossen und sein Kinn sank immer tiefer, doch jedes Mal, wenn sein Kopf fast den Teller berührte, fiel sein Blick auf Lottie und er setzte sich wieder gerade hin. Lottie sah aber auch besonders hübsch aus in ihrem eng anliegenden efeugrünen Strickjäckchen, das bestens zu ihren braunen Locken passte, die sie im Nacken locker zusammengenommen hatte. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, aber es schien so, als würde Pascal besonders oft in ihre Richtung lächeln. Für die Streuköpfchen der Blumenkinder arbeite ich schon seit Jahren in meiner Gärtnerin zusammen. Farblich perfekt abgestimmt am Morgen der Hochzeit frisch gepflügte Blumentöpfe in Bio-Qualität. Seine Stimme hatte wirklich etwas Hypnotisches. Vielleicht unterbrach ihn deswegen auch niemand, um zum Beispiel zu fragen, was der Spaß denn überhaupt kosten würde. Bio-Blütenköpfe, lieber Himmel! Guter alter Reis tat es doch auch. Und wer sollte die Blumen überhaupt streuen? Aber ich würde mich hüten, auch nur eine einzige Frage zu stellen. Das würde das Ende nur unnötig herauszögern. Ich hatte das Gefühl, schon Tage an diesem Tisch zu sitzen, aber es war gerade mal elf Uhr. Ob Persephone schon wach war? Und ob Secrecy schon in ihrem Blog bloßgestellt hatte? Bestimmt. Ich würde sie anrufen, sobald ich das ihr überstanden hatte und hoffte, dass sie so lange ohne mich klarkam. Ganz sicher wünschte sie sich gerade, sie könnte die Zeit zurückdrehen und den gestrigen Abend ungeschehen machen. Apropos ungeschehen machen. Meine Gedanken wanderten zurück zu Mads roter Traumtür. Vielleicht hätte ich ja noch einen Rückzieher gemacht, wenn es nicht so leicht gewesen wäre. Die meisten Menschen schützten ihre Tür unbewusst mit einem Hindernis, aber bei einigen kann man einfach so in den Traum hineinspazieren. Wie bei Matt. Als ich über die Schwelle trat, befand ich mich im Foyer eines offensichtlich riesigen, modernen Gebäudes mit viel Glas und gigantischen Stahlkonstruktionen. Rechts und links strömten Menschen an mir vorbei auf breite Rolltreppen zu und alle sahen sehr beschäftigt aus. Ich war sehr erleichtert, dass ich in einen vergleichsweise normalen Traum geraten war. Man wusste ja nie, was Leute gerade träumten. Besonders in den frühen Morgenstunden wurde es oft ziemlich verrückt, jedenfalls bei mir. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich Matt entdeckte. Das lag daran, dass er wie die meisten anderen einen dunkelblauen Anzug trug und somit in der Menge gar nicht auffiel. Er stand vor den elektronischen Sicherheitsschleusen, die zu den Aufzügen führten, und sprach mit einer Frau, die hinter dem Tresen saß. Die beiden flirteten miteinander, das erkannte ich sofort an der Art, wie Matt sich gegen den Tresen lehnte und lächelte. Die Frau warf kokett ihre Haare zurück und als ich näher kam, sah ich, dass ihr Businesskostüm ziemlich weit aufgeknüpft war und dass sie sich extra vorbeugte, damit Matt in ihren Ausschnitt sehen konnte. Was er auch sehr gründlich tat. Okay, dieser Art Traum also. Auf jeden Fall schon mal die richtige Grundstimmung für mein Vorhaben. Viel besser, als wenn Matt gerade einen Albtraum gehabt hätte, in dem er von einem Serienkiller durch ein verlassenes Parkhaus oder von Kannibalen durch den Dschungel gehetzt worden wäre. Oder wenn er geträumt hätte, er wäre noch ein kleiner Junge und ging ihm mit seiner Omi im Park spazieren. Nein, das hier war perfekt. Jetzt musste ich nur noch die Frau am Tresen loswerden und meine Hemmungen ablegen. Letzteres ging zunächst besser, als ich gehofft hatte. Ich stellte mir einfach vor, ich wäre eine Geheimagente, die man mit der Aufgabe betraut hatte, Matt zu verführen. Das war so etwas wie Improvisationstheater, nur noch viel besser, weil alle anderen Mitspieler morgen früh nichts mehr hiervon wissen würden. Geheimagentin Silber generierte sich ein Outfit, das dem der Frau hinter dem Tresen so ähnlich wie möglich war. Ein figurbetontes blaues Kostüm und dazu blaue Pumps, in denen ich im echten Leben keine zwei Schritte hätte laufen können, ohne zu stolpern. Die Haare ließ sich, genau wie die Frau, offen über meine Schultern fallen und ich verpasste mir sogar Lippenstift in der Farbe, die auch sie aufgetragen hatte. Irgendwas zwischen rosa und dunkelrot, das Persephone bestimmt sofort beim Namen hätte nennen können. Dann setzte ich meine Brille auf, weil Matt mich bisher immer nur mit Brille gesehen hatte und mich ohne vielleicht gar nicht erkannt hätte und stöckelte laufstegverdächtig auf den Tresen zu, einen Stapel Ordner auf beiden Armen vor mir herbalancierend. Diesen Stapel ließ ich genau neben Matt auf den Boden fallen und stieß einen leisen Schreckenslaut aus, als einer davon auf seinem Schuh landete. Entschuldigen Sie, das tut mir so leid, stammelte ich atemlos und während Matt sich bückte, um mir beim Aufheben zu helfen, wie nett, dass er scheinbar auch im Traum so gute Manieren hatte, ließ ich die Frau am Tresen schnell um 20 Jahre altern und verpasste ihr gelbliche Zähne und eine Warze unter dem linken Auge, die aber so ekelhaft aussah, dass ich sie wieder wegmachte. Vielen Dank, säuselte ich und strahlte Matt über den Rand meiner Brille hinweg an. Das ist wirklich so lieb von Ihnen. Keine Ursache, sagte Matt. Dann stutzte er. Liv, bist du das? Ja. Ich blinzelte ihn erstaunt an. Oh Gott, hi Matt, ich hab dich in dem Anzug gar nicht erkannt. Was machst du denn hier? Matt richtete sich auf und legte die Ordner auf den Tresen. Nach einem irritierten Seitenblick auf seinen rapide gealterten Flirt wandte er sich wieder mir zu und sagte, ich arbeite hier, ich hab ein Büro im 32. Stock. Aha. In seinen Träumen war er offenbar kein erfolgloser Jura-Student, der wieder zu seinen Eltern gezogen war. Mr. Davenport wird demnächst Partner bei Strong und Jameson. ergänzte die Frau. Der jüngste Partner in der Geschichte der Kanzlei. Ha, ha, ha. Aber man würde ja wohl noch träumen dürfen. Oh, wow. Ich bemühte mich, echte Bewunderung in meine Stimme zu legen. Von da oben muss der Blick umwerfend sein. Ich arbeite als Praktikantin in der Verwaltung. Lieber Gott, mach, dass das hier eine Verwaltung hatte. Und war noch niemals höher als bis zum 12. Stock. Wirklich nicht? Matt lächelte ein bisschen mitleidig. Mit dem Aufzug kannst du doch bis ganz nach oben fahren, wie die Touristen. Ach so? Verdammt. Äh, ja, natürlich. Das werde ich auch machen, sobald ich die Zeit habe. Ich schenkte Matt einen treuherzigen Blick. Das ist ja erst mein dritter Tag hier. Mein Chef, Mr. Smith, ist leider total streng. Vorhin hat er mich eine unfähige, dumme Nuss genannt, weil der Cookie, den er immer zu seinem Milchkaffee serviert bekommen möchte, an der falschen Seite der Untertasse lag. Oh je, sagte Matt. Die Mitleidsmasche schien zu funktionieren. Ich beschloss, noch einen obendrauf zu setzen. Ich glaube, er ist sauer, weil ich es nicht mag, wenn er mir einen Klaps auf den Hintern gibt und mich Kleines nennt. Ich strich mir das Haar aus dem Gesicht. Obwohl ich größer bin als er. Ich meine, der Mann ist ungefähr 200 Jahre älter als ich und außerdem hat er Mundgeruch. Das ist ja widerlich. Matt schüttelte empört den Kopf. Und er füllt eindeutig den Tatbestand sexueller Belästigung. Mal abgesehen davon, dass du doch minderjährig bist. Ein Kind. Mist. Kind war gar nicht gut. Das musste ich schnellstens korrigieren. Ich bin 18, log ich. Wenn Matt sich vom Jurastudenten zum Partner einer Kanzlei befördert hatte, konnte ich auch locker zwei Jahre älter sein. Das würde seine Traumlogik problemlos verkraften. Aber ich mag es trotzdem nicht, von so einem schmierigen Typ angefasst zu werden. Mein erstes Mal stelle ich mir wirklich anders vor. Ich hielt kurz die Luft an, aus Angst zu schnell vorgeprescht zu sein. Andererseits befanden wir uns in einem Traum und da zählte jede Sekunde. Weil Matt nicht sonderlich schockiert, sondern eher interessiert aussah, fuhr ich rasch fort. Ja, ich weiß, mir ist ja auch klar, dass das kein Zustand ist. Aber es ist gar nicht einfach, jemanden zu finden, der... Ich verstummte. Nicht mit Absicht, sondern weil das Improvisationstalent von Geheimagentin Silber an dieser Stelle schlicht versagte. Es war wie im echten Leben. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Matt musterte mich von oben bis unten. Du bist doch ein recht hübsches Mädchen. Recht hübsch? Bedeutete das in Jungs Sprache nicht genau das Gegenteil von umwerfend schön? Offenbar war ich nicht sein Typ. Ich lächelte ihn trotzdem warm an. Danke, aber die Männer, die ich kennenlerne, mögen keine... äh... Mädchen ohne Erfahrung. Naja, von Mr. Smith mal abgesehen, aber der ist grundsätzlich nicht so wählerisch. Matt schwieg. Oh Gott, es funktionierte nicht. Vielleicht sollte ich das Szenario ein wenig verändern. Ein Erdbeben inszenieren oder einen Alienangriff. In Filmen brachte das Menschen einander immer näher. Vielleicht sollte ich aber auch einfach aufgeben. Verstohlen sah ich mich nach Mads Tür um. Sie stand völlig deplatziert und verloren mitten im Foyer, aber außer mir schien sie niemand zu bemerken. Ich muss gehen, mummelte ich. Geheimagentin Silber hatte versagt. Zu Mr. Smith, um zu kündigen. Ich halte das keinen Tag länger aus. War schön, dich zu treffen. Das Foyer verschwamm vor meinen Augen und stattdessen blendete mich die Sonne. Tief unter mir bereitete sich eine Stadt aus und im ersten Moment dachte ich, ich würde fliegen. Dann begriff ich, dass ich vom Fenster eines sehr hohen Gebäudes auf London hinab schaute. Häuser schluchten, Dächer, Türme, die Kuppel von St. Paul's Cathedral, das glitzernde Band der Thämse mit ihren Brücken. Von hinten legte sich eine Hand auf meine Schulter. Beeindruckend, oder? Sagte Mads Stimme dicht an meinem Ohr und streichelte mit dem Handrücken meinen Hals hinauf. Allerdings. Ich schluckte. Es war wirklich beeindruckend, wie schnell Mads seine Traumkulisse gewechselt und wie geschickt sein Unterbewusstsein lästiges Geplänkel einfach übersprungen hatte. Halb war ich erleichtert, dass ich offenbar doch sein Typ war. Aber nur halb. Als er mich nun mit beiden Händen umfasste, zu sich umdrehte und an sich zog, wurde mir ganz mulmig zumute. Die Couch da drüben besitzt nicht nur den schönsten Outblick in London, sie ist auch sehr bequem, murmelte er in mein Ohr. Und ich verspreche dir, dass du dein erstes Mal niemals vergessen wirst. Er begann meinen Hals zu küssen, vom Schlüsselbein aufwärts und mir wurde gleich noch ein bisschen mulmiger. Obwohl das hier eigentlich genau das war, was ich gewollt hatte. Eine Trainingseinheit im Flugsimulator. Ganz und gar nicht echt. Und niemand würde jemals davon erfahren. Trotzdem. Aber ohne küssen, entfuhr es mir. Madlock hatte seinen Griff. Wie bitte? Du sprichst wie eine drogensüchtige Kindernutte. Ach ja? Für einen Moment vergaß ich meine tödliche Verlegenheit. Woher weißt du denn bitte, wie eine drogensüchtige Kindernutte spricht? Gab ich verärgert zurück. Mal abgesehen davon, dass ich ziemlich sicher war, dass drogensüchtige Kindernutte kein politisch korrekter Begriff war. Okay, räumte Matt ein. Dann hörst du dich ebenso an, wie ich mir vorstelle, dass eine drogensüchtige Kindernutte spricht. Ohne küssen, hallo? Vielleicht auch ohne ausziehen und anfassen? Geht das denn? fragte ich hoffnungsvoll. Matt verdrehte die Augen. Nein, geht es nicht. Was ist nur los mit dir? Ich dachte, du wolltest es unbedingt. Ja, was war nur los mit mir? Jetzt war ich schon so weit gekommen und doch wieder im Begriff alles zu verderben. Die ganze Mühe durfte doch nicht umsonst gewesen sein. Entschuldige, sagte ich zerknirscht. Schon gut. Matt ließ seine Hand unter meinen Bläser gleiten. Dann also ohne küssen. Ich musste meine ganze Energie aufwenden, um ihn nicht wegzustoßen. Ich war Agentin Silber in geheimer Mission und das hier war nur ein Traum. Nur ein Traum. Wenn ich die Augen zumachte, konnte ich mir vielleicht einfach vorstellen, dass es Henrys Hand war. Aber es fühlte sich einfach nicht an wie Henrys Hand. Es fühlte sich an wie eine fremde Hand, die auf meiner nackten Haut absolut nichts zu suchen hatte und die jetzt in Höhe meines BH-Verschlusses plötzlich erstarrte. Was ist das denn? Oh nein, nicht schon wieder. Mein Unterbewusstsein hatte mir Großtante Gertrudes fleischwurstfarbene Panzerunterwäsche angezogen. Ich hatte die Sache einfach nicht im Griff. Hey, das ist doch meins, sagte Matt, aber dieses Mal mit Mias Stimme. Es ziepte fürchterlich in meinen Haaren und dann war ich wach. Auch wenn Mia mir mindestens zehn Haare ausgerupft hatte, um sich das Froschhaarklemmerchen zurückzuholen, das ich ihr geklaut hatte. In jenem Augenblick hatte ich es ganz wunderbar gefunden, einen zuverlässigen Sonntagswecker namens Kleine Schwester zu haben. Mia war es auch, die mich jetzt aus den Tiefen meiner peinlichen Erinnerungen zurück an den Frühstückstisch holte und dafür sorgte, dass Pascal seinen eintönigen Vortrag unterbrach. Sie hatte sieben Scones zu einem Turm übereinander gestapelt, aber als sie den Achten oben drauf legte, stürzte das gesamte Gebilde zusammen und warf ein Glas um. Ups, sagte sie, was das Bock kam mit einem säuerlichen. Das heißt Entschuldigung, Kind, kommentierte. Entschuldigung, Kind, wiederholte Mia. Pascal, wie soll das auch anders sein, lächelte. Ich wollte sowieso gerade zum nächsten Punkt auf meiner Checkliste kommen, sagte er. Das dürfte dann Punkt 3044 sein, murmelte Grayson. Ich wollte schnell zurück in meinen Dämmerschlaf driften, aber wie der Erwarten wurde es jetzt doch nochmal spannend. Es ging um die Gästeliste. Wie sich herausstellte, hatte das Bocker schon ein wenig vorgearbeitet und auf Büttenpapier die Namen der 84 Personen notiert, die Ernest auf jeden Fall einladen musste und weitere 98, die er eigentlich ebenfalls auf jeden Fall einladen müsste, aber auf die man im Notfall verzichten könne. Außerdem hatte sie, um das schon mal grob vorzurechnen, eine Liste für Mams Gäste erstellt, auf die Mom nun ziemlich konsterniert und starrte. Bruder der Braut mit Begleitung, las sie laut ab. Ich habe überhaupt keine Geschwister. Umso besser, sagte das Bocker erfreut. Ich hatte gehofft, dass ich eher zu viel kalkuliert habe als zu wenig. Mia beugte sich neugierig zu Mom hinüber. Oh toll, du darfst deine beste und deine zweitbeste Freundin einladen, Mom. Wer ist denn deine beste und wer ist deine zweitbeste Freundin? Papa? Das Bocker zuckte zusammen. Vermutlich hatte es der Ex-Mann der Braut nicht auf das Büttenpapier geschafft. Ach, weißt du, bei mir gibt es kein Ranking. Ich liebe meine Freunde alle gleich, aber das heißt nicht, dass sie unbedingt zu meiner Hochzeit kommen müssen. Mom warf Ernest einen schnellen Seitenblick zu. Sie hatte wirklich überall auf der Welt Freunde und nicht wenige davon waren männlich. Zumal sie alle so weit weg wohnen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das Bocker lächelte äußerst zufrieden. Für jeden deiner Gäste, der die weite Anreise aus den Staaten oder von woher auch immer scheut, kann jemand von Ernest zweiter Liste nachrücken. Gute Planung ist alles, stimmte Pascal zu. Kann ich diese Listen bitte mal sehen? fragte Ernest. Natürlich. Das Bocker reichte ihm mehrere Bögen Büttenpapier über die leer geputzte Rühreiplatte und Ernest studierte sie mit gerunzelter Stirn. Wer ist Eleanor? wollte er wissen. Eleanor? Das Bocker sah ihn an, als habe er den Verstand verloren. Natürlich die Tochter meiner Cousine Lucy, die Lord Borwick geheiratet hat. Du hast als Kind mit ihr gespielt. Ja, gut möglich, aber danach habe ich sie nie wieder gesehen, sagte Ernest. Was ich immer sehr bedauert habe, erwiderte das Bocker. Für einen Mann in deiner Position ist es durchaus von Nutzen, Kontakt zum Mitgliedern im House of Lords zu haben. Ernest überflog die Liste weiter, ließ sie dann sinken und nahm erschöpft seine Lesebrille ab. Mutter, hier stehen lauter Namen von Menschen drauf, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist ja auch die Nachrückliste. Natürlich kennst du diese Leute. Oder jedenfalls solltest du sie kennen. Das Bocker knifft die Lippen zusammen. Aber bitte, wenn ihr mich nicht helfen lassen wollt, dann stellt bis morgen Abend eine eigene Gästeliste auf. Mit vollständigen Namen und Anschriften. Pascal muss die Einladungen spätestens Ende der Woche in den Druck geben. Nicht wahr, Pascal? Pascal nickte. Ich arbeite da mit einer sehr exklusiven kleinen Druckerei in Highgate zusammen, die auch wunderbare Stempel herstellt. Er blickte auf seinen Ordner. So, ich glaube, damit wären wir heute auch fast durch. Grayson stöhnte. Ich will wirklich nicht unhöflich sein, aber warum genau müssen wir eigentlich die ganze Zeit dabei sein? Weil das hier eine Familienangelegenheit ist, Grayson, antwortete Florence, obwohl die Frage gar nicht an sie gerichtet war. Und weil ich sicher gehen will, dass man Liv, Mia und mich nicht in die gleichen albernen Kleider steckt. Keine Sorge, lieber würde ich sterben, sagte Mia. Grayson sah Florence verärgert an. Findest du nicht, wir hätten Sinnvolleres zu tun, als uns über Kleider zu sorgen und dummes Zeug über Bügel leichte Baumwollhusten anzuhören? Chemie lernen zum Beispiel. Meinst du denn mir macht das Spaß? giftete Florence zurück. Das Bocker räusperte sich, aber Florence ignorierte sie und warf einen Blick zur Kaminuhr hinüber. Von mir aus kannst du dich jetzt aber gern verkrümeln, Grayson. Emily kommt nämlich um Viertel vor zwölf zum Lernen her und sie soll dich nicht sehen müssen. Wie bitte? Soll ich mich jetzt etwa immer verstecken, wenn Emily zu dir kommt, fragte Grayson empört. Ja, sagte Florence. Wenn du ein rücksichtsvoller Mensch wärst, würdest du ihr eine Begegnung ersparen, bis sie über dich hinweg ist. Sie schnaubte. Wobei, wenn du ein rücksichtsvoller Mensch wärst, hättest du ja gar nicht erst was mit meiner besten Freundin angefangen. Jetzt spinnst der wohl endgültig. Emily soll gefälligst zu Hause bleiben, wenn sie mir nicht begegnen will. Das Bock eräusperte sich noch einmal. Dieses Mal klang es wie ein krankes Pferd. Wenn ihr bitte eure privaten Gespräche auf später verschieben könntet, Pascals Zeit ist kostbar. Meine auch, sagte Grayson. Er war heute ungewöhnlich auf Krawall gebürstet. Wir sind ja gleich fertig, mischte sich Pascal begütigend ein, bevor die Stimmung endgültig ins Bodenlose kippte. Dem Bocker war bereits eine Ader auf der Stirn angeschwollen und Charles sah so aus, als wolle er aufspringen und davon laufen. Marm und Ernest hielten einander fest an den Händen umklammert. Dann wäre jetzt nur noch die Frage der Trauzeugen zu klären. Das ist einfach, sagte Marm erleichtert und lächelte Ernest an. Charles wird Ernests best man und meine Bridesmaid ist natürlich Lottie. Charles nickte ergeben und Lottie strahlte. Das ist so aufregend, sagte sie glücklich. Allerdings, murmelte das Bocker. Ich wartete auf die Beleidigung, die nun unweigerlich folgen würde, aber dazu kam es nicht mehr, weil es an der Haustür klingelte und die nächste Katastrophe klingelte und die